Da ist noch ein Penner, der guckt so zu. Ich mag den nicht so. Leute, einfach vorbeigerannt, okay. Wenn sonst nichts ist. Los, steck ein. Ich bin drauf. Du kannst ein bisschen fliegen. Nee, stell mal aus, ich will das Ding steuern. Wohin? Wir müssen das zurückbringen. Ich weiß nicht, wohin. Du musst doch irgendwo eine Markierung haben. Nee, gerade nicht. Ich bringe das Fahrzeug in einem Stück zur bezeichnenden Stellung, um den Viruscode davor einen zu sammeln. Vielleicht noch da? Fuck, wo muss ich denn da lang? Weiß ich echt nicht. Ich kann übrigens nur fliegen, du magst schießen. Ja, ich weiß. Warte, lass uns dieses Ding sammeln. Oh Gott, du lagst. Ich sehe einfach nichts. Wo genau willst du jetzt hin? Ja, das frage ich mich auch gerade. Warte mal. Oh fuck, sind Rakete. Unter uns. Ihr Wichser! Jetzt wird gerippt. Ich treff den jetzt die ganze Zeit. Fuck. Ach warte, das ist ein Oberboss, ne? Au! AAAAAAAH! Ich falle! Der Ding ist im Arsch. Oh, mir ist ein Penal. Hup. Hi. Hallo. 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 Ich fress meine Schwucht, ey. Wo bist du denn? Oh fuck. Es war da noch. Ich muss kurz Waffe wechseln. Tut mir leid. Hm? Was du aufnehmen musst, wenn du jetzt der Fettbewerb legst. Das ist ein Ding. Der macht sonst immer auf, wenn man gewöhnt. Hält deine Faschung. Aber das ist wie gesagt, wer guckt sich das an, der Scheibe legt. Das macht doch Spaß. Das ist schon. Ich mein... Schon dieses... Ich stehe da rum und tanze. Gas geben! Prozent ich probiere es anders als die Tüten hin so wollte kein Wettbewerb nur meinten aber bei ihm verdammt wurde hin das war nicht mehr auf der Kanzel auf den Ballern war drauf der erste Mopfer die Kälte auch mal weil ich hätte nicht die verpielen können da dann war man mit einem anderen drauf und nicht mehr als Nippel Von hier oben. Boah fuck, ich bin wie Shiro. Trifft einfach nicht die Mitte, sondern beide Seiten. Einfach wenn man dran gewöhnt ist, yo, die weichen immer aus. Und der, der bleibt einfach gelaggt stehen. Ähm, ja, den Schab genießt. Das hat auch niemand was dazu gesagt, oder? Eben! Achso, Gesundheit. Blick drüber. Aber das weich bei Jackie auch so, sie auch so. Ja, die auch schöne Geburtheit. Nicht so, danke. Ach so, oh ja. Gott, mein Alter, der Störung. Ist der Rettenswerter gesprungen? Ich glaub, ja, nee. Das ist hier von der Flasen. Unterfliehen! Yippie, yippie, yippie! Pempel Power! Pipi! Du hast dich ernsthaft, diese Pempel Maschinen, oder? Oh, scheiße! Der arme Typ. In Gewicht furzen! Ja, dann gedacht, dass du mal. Wenn die Maus kommt, mach ich das ja. Ich fahr mal live, ich kann mal hell in der Mitte nicht abfeuern. Wihi! Ein Flieger! Jetzt ist er ins Wasser gesprungen. Und da steht er. Wer da mal raus wollen. So wartet gleich die Maus. Wurther gleich kommt. Wenn er da mal rausrollen, warte, ausdürfte gleich kommen, warte. Ich mach das, ich mach das. ja die Tour wie auch bei ich wieder die Führung Kugel in den Kurzformen hält das ist doch so nicht geht es aus wenn so ein grüner Garten zu werden Zauberlose ein ich weiß nicht wie das vielleicht die Bischof-Werlen langsam so rein geht. Thema wechsel, bitte. So, geh zum Ziel. Los geht's. Warte mal, ich... Darf ich mal kurz was gucken? Was denn? Guck dir mal bitte irgendwo eine hohe Position. Ich will nur was testen. Und zwar? Wie viele Leute in den Screaming Eagle können. Wieso? Nur mal so. Können wir nur zwei rein, oder? Wenn nicht... Ja, das will ich eben testen. Mit drei oder was? Es kommen aber nicht mehr auf den Server, das weiß ich, das ist Koop. Das heißt nur zwei können drauf. Ja, ich meine, ich weiß nicht mal, ob zwei rein können. Doch, klar, ich war doch mal mit dir drin. Ich kenne mich nicht daran im Sinn. Ach komm, bleib stehen! Nein, lass dich mit mir. Die ganze Zeit über jeden Blätter kurz stehen. Leute, wir müssen noch mal das Fahrzeug klauen, ne? Ach so, ist ja kaputt gegangen, stimmt ja. Was ist so voll, mach. Ich freue mich, den Gericht auf uns. Okay, du hast Grimian Eagle und ich nur mit Androke. Du weißt auch nicht mehr, wie man damit abhiebt. Ja, dann sag an, wie man damit abhiebt. Steig ein. Nein, geh weg, ich möchte. Ich meine das Ernst, geh raus. Und hopp. Boah, fuck. Hey. Dein Ernst! Nein, ich will nicht, ich will fahren, warte, ich will fliegen. Ja, steig ein. Ja, wache ich, so. Shift. Shift, die Steuerung. Ja, ich mach das doch, alles gut. Ach, jetzt wird dir die Markierung angezeigt. Deine Schreie, Alter. Wie beschissen wir fliegen, Alter. Äh, gib dir mal eine sichere Position, also so, dass du locker nach vorne fliegen kannst. Ah, stopp. Es hat gebrannt, okay, ich war nicht schuld. So, warte, ich nehme mir das Fahrzeug wieder. Lass mir das, ich hab Spaß bei fliegen. Ja, gerne, komm, lass uns an eine andere Position gehen. Nein, Mann, steig aus, geh weg. Ich möchte es wegbringen. Ja, ich bring's nur hier nach oben. Nein, ist mir scheißegal, bring, mach weg. Steig, steig aus. Ach, fick dich doch. Boah, ich bin gleich am Arsch, ne? Ja, ich auch. Lass das Fahrzeug einfach in Ruhe. Fass mir leid, fick dich einfach. Echt jetzt oben. Toll. Echt toll. Rauch springt ihr rücken. Brauchst du? Moment, Moment. Moment. Ja. So. Bist du drin? Nein. Jetzt drückst du Shift. Und jetzt F. Wieso F? Mach einfach. Du wechselst den Modus und fließt schneller. Kannst allerdings nur noch nach vorne. Wenn du noch mal F drückst, wechselst du wieder den Modus. Ha, 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 du blöde Kuhl. Wir stürzen ab. Wut, 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 wut. Wer das Ding jetzt im Arsch tut, bring ich dich um. Weiß nicht. Es lebt. Es brennt. Es explodiert gleich. Ich will noch mal. Wie steuert man denn in diesem Schnellmodus? Mit der Maus. Ja, das wollte es aber nicht. Oder du steuerst immer noch mit via... Warte mal. Du steuerst immer noch mit via SD, aber du kannst halt nur nach vorne gucken. Ja, schon, aber es wollte es nicht. Es ist dann die ganze Zeit nach unten geflogen. All right. Wenn du nach unten renkst. Nein, ich renke ja nicht nach unten, Mann. Du bist so bescheuert. Ja. Aber nicht ha-ha bescheuert, sondern einfach scheiße. Elende Fotze. Scheiße! Elende Fotze. Stank ein in dieses scheiß Flugzeug. Ich komme. Et voilà. Hey, 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 hey. Ha! Spring rauf! Klasse. Warte, 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 bin gleich da, bin gleich da. Bin hier oben, hol mich ab. Wo? Ich habe voll wenig Leben, Alter. Ich bin die ganze Zeit abgeballert. Warte. Und... Jump! Es fliegt nicht runter. Ich fühle mich... Steuerung, du Hohlenoth. Ja, mache ich doch die ganze Zeit. Ich halte es gedrückt. Oh Gott. Ja, jetzt kann ich es abholen. Fuck. Nächster Versuch. Ich will... Ich spiele. Ich spiele die ganze Zeit. Ja, ich spiele die ganze Zeit. Wow, Leute. Was? Krass. Wow, krass. Diese Nachricht. Ja. Ja, wenn sie piept, mache ich sie aus, logischerweise. Oh Gott. Diese Nachrichten. So, raus aus dem Raumschiff. Und tschüss. Raus damit! Ich schwöre dir, ich schmeiß dich aus dem Server jetzt raus. Ich bring es erstmal in Sicherheit. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Beweg deinen Arsch raus. Du fliegst doch meilenweit weiter. Es brennt. Gut so. Hat es fein gemacht. Ich fliege im Ragdoll-Modus da unten. Elendes Arschloch. Du stirbst. Meine Mutter gerade so. Derjenige muss sich ja richtig geerdet werden. Fuck, ich bin nicht gestorben. Das ist gut. Moment, Moment. Geht nicht, warte kurz. Geht nicht, und weiter Schiff drücken. Ja, so. Wir treffen uns hier an dem Haus. Wir treffen uns an dem Haus. Ja, ich muss erstmal weg von dem ganzen Beschutzscheiß. Ach, und soweit ich das mache, ist das wieder illegal, oder was? Ja, weil du meilenweit weg fliegst. Ich bin doch zurückgeflogen. Nee. Komm, jetzt bist du rein drin. Wo bist du mal? Nein, wo bist du? Fuck. Ich warte hier auf dich. So, das Fahrzeug gehört jetzt mir, okay? Du steigst nach mir ein. Kapisch? Kapisch. Na, dann mach hin. Ich könnte, warte. Ja, jetzt steig ein. Bin drauf. Und diesmal nicht wieder so Kraft lenken. Nee. Booyah. Booyah. Oh, das ist gewechselt. Mal sehen, wie ich jetzt lenken kurs. Hoppala. Ah. Fuck man, es will nicht einfach zur Seite fliegen. In dem Modus willst du bei mir einfach nicht zur Seite fliegen. Das ist so ätzend. Ja, es dreht sich. Und dann fliegt es mit der Zeit zur Seite. Ja, dann steig ein, statt drauf zu stehen. Warte, ich mach hier grad was anderes. Ich bring die Karre weg. Auch seitdem kann ich irgendeinen guten Hand steigen. Ich probiere es nochmal. Ich komm angeflogen. Klein Moment. Booy, kleinen Moment. Und das Ding ist wieder tot. Boll, hole noch. Ich war doch drauf. Warte. Bring drauf. Wir sind glaub ich alle tote, oder? Wir müssen jetzt nicht drauf. Ich bin explodiert. Nein, das Raumschiff da nicht. Über dir. Ich bin nicht drin und du fliegst weg. Warte, ich werd mal das da töten. Warte, genau das da. So, komm, steck ein. Will ich. Okay, diesmal sind die alle tot. Das ist gut. So. Ne, fast alle. Warte, es ist nicht einzusteigen, oder? Ich bring dich hin. Du bist ja schon drin gewesen. Warte. Jetzt machen wir das hier erstmal leer. Flieg einfach. Ja, warte, ich töte erstmal alles. Das ist ne Flucht und kein Kampf. Boah, fuck my life, okay. Ah, so lenkt man nach oben. Das ist gut. Kapps. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Kein Gebäude. Sag mal, spinnst du? Du bist dann der Karajo gegen Taus geflogen. Nein, bin ich nicht. Ich fliege noch. Nein, ich fliege noch. Noch fliegst du. Nein, du fliegst auch noch weiter. Ich mach den Turm. Alter, der wollte gar nicht mehr steuern. Ja, mit Lags hat das schon was. Was ätzend ist. Ja, ja. Was hab ich denn diesmal falsch gemacht? Ja, ja. So, komm das bei mir rüber. Nee, ich meinte, ja, ja. Ist verständlich. Okay. Also noch den Motto, das brauchst du nicht sagen, das... Ist halt so. Deswegen kann auch keiner Legs leiten. Nee, 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 nee. Ich will nicht nochmal, ich will nicht nochmal, ich will nicht nochmal. Bleib ein. Ein Bleib. Du Fax. Brenn bloß nicht, du Karre. Graf. Ich habe doch gesagt, ich mach einen Turm. Warte wowowowowow Nee, wenns plötzlich von Leg auf schnell geht und du denkst, scheiß jetzt flieg ich gleich gegen das Haus. Genau das wars grad. bei mir ist es immer mit Bart ganz witzig wenn ich da auch einmal sehe wie einer der eigentlichen Weltraum worum läuft der Welt durchgehend im Weltraum sein anfängt wie ein normaler Mensch zu laufen halt nur die Flash ok ja kann ich gut hin gut und 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 ich bin auf die all klar 1 2 3 und das wird an der Markierung ich weiß nur gar nicht wo die Markierung ist aber ich hab den Turm Ja, ich will eigentlich weiter mit dem Flugzeug rumstehen. Schwiegen? Ja, voll geil. Schwiegen? Fuck, ich werde abgeballert, du musst herkommen, sonst ballert das Ding da ab, so. Äh, in der Richtung. Schön draufparken. Wow! Haha, yeah! Motherfucking! So geht das. Willst du meine Bomben? Nee. Aber wenn ich schon Bomben höre, dann macht das schon mal irgendwas falsch. Jetzt habe ich die Tür gehört. Und du machst definitiv irgendwas falsch. Du sollst keine Bills nicht oder irgendwelche Zusätze benutzen. Na los, rein da, flieg zurück auf die Insel. Ich kann mir das seit 9 rufen. Wenn du ein Messer hast, musst du klar und konzise sein. Und sicher, dass du dich sicher bist. Ab in den Screaming Eagle. Oh, ich hatte dich. Rein da mit dir. Ja. Er lässt sich genau so steuern wie das andere Fliege-Ding. Fuck, er wollte nicht. Ich bin mir bewusst, dass sich jedes Flugzeug gleich fliegen lässt. Also... Schießt du grad die ganze Zeit? Ja. So, jetzt zeige ich dir, wie fliegen geht. Schießt du die ganze Zeit? Ja. Was passiert eigentlich, wenn man da ganz, ganz, ganz nach oben fliegt? Da, da. Was? Kannst du dagegen fliegen? Nein, ich meine da ganz nach oben. Drauf fliegen. Da kannst du es ja probieren. Hast du es schonmal? Ja. Und, was passiert? Probier es. Mann, ne, dann nicht. Dann kannst du nicht mal. Oh, da ist eine Barriere, durch die man gar nicht durchkommen kann. Okay. Okay, ich bin neugierig, wie hast du das gemacht? Oh, fliegt man. Dann schießt man dir auch immer nur eine kleine Strahle? Nee. Du schießt bei mir gar nicht, aber ich hör's einfach, dass du schießt. Jetzt schießt sie wieder. Haha. Der Screaming Eagle furz. Im Strahl. Furz. Und wenn du im Wasser landest, sagt dir übrigens den Arsch. Ich lande doch. Ich lande doch nicht im Wassersommer. Du bist im Wasser gelandet. Nein, bin ich nicht. Ich lande gleich zwischen zwei Häusern. Was hast du für Probleme? Ich habe perfekt auf einem Haus. Pass. Oh, er fällt runter. Lava, kein Scheiß. Ist so. Und plack. Legt jetzt auf dem Rücken. Bei mir bist du voll im Meer. Nee. Als du ausgestiegen bist, da hast du dich an die Position teleportiert, auf der du gerade steht. Eeee. Ehhh. Ehhh. Bis zum nächsten Mal.